Geschichte 8 – Die fantastische Reise zu den Sternen Es war einmal ein kleines Mädchen namens Mia, das von den Sternen fasziniert war. Jede Nacht saß sie am Fenster und betrachtete den funkelnden Nachthimmel, während sie sich Geschichten über ferne Galaxien und magische Wesen ausdachte. Doch Mia träumte davon, die Sterne aus der Nähe zu sehen und selbst ein Teil des Universums zu werden. Eines Abends, als der Mond besonders hell schien, bekam Mia Besuch von einem geheimnisvollen Wesen. Es war ein kleiner, freundlicher Sternenbote, der ihr von einer verborgenen Tür in den Himmel erzählte. Durch diese Tür könne sie eine fantastische Reise zu den Sternen unternehmen. Voller Aufregung folgte Mia dem Sternenboten und entdeckte tatsächlich die geheimnisvolle Tür am Ende ihres Gartens. Sie öffnete sie und trat in eine schimmernde Welt ein, in der Sterne wie funkelnde Diamanten am Himmel hingen. Mia begann ihre Reise zu den Sternen und wurde von einem Sternenchef abgeholt. Gemeinsam mit anderen mutigen Abenteurern flog sie durch das Universum, vorbei an leuchtenden Planeten und Nebeln. Sie besuchten ferne Galaxien und trafen auf außerirdische Kreaturen, die sie mit offenen Armen empfingen. Während ihrer Reise lernte Mia von den Sternen, dass jeder Einzelne von ihnen eine Geschichte zu erzählen hatte. Die Sterne erzählten von vergangenen Zeiten, von fernen Welten und von der unendlichen Schönheit des Universums. Mia hörte gespannt zu und war überwältigt von all dem Wissen und der Weisheit, die sie von den Sternen empfing. Doch Mia vermisste ihre Familie und ihr Zuhause. Sie sehnte sich nach dem warmen Kuscheln in ihrem Bett und nach den vertrauten Geräuschen der Nacht. Die Sterne hörten ihren Wunsch und brachten Mia zurück zur Erde. Mit einem glücklichen Lächeln kehrte Mia in ihr Zimmer zurück und kuschelte sich in ihr Bett. Sie fühlte sich erfüllt von den Erinnerungen und den Geschichten, die sie auf ihrer Reise gesammelt hatte. Mia wusste nun, dass die Sterne sie immer begleiten würden und dass das Universum voller Geheimnisse und Abenteuer steckte. Nach all den Erlebnissen und dem Staunen legte Mia ihren Kopf auf das weiche Kissen und schloss ihre Augen. Sie träumte von weiteren aufregenden Reisen zu den Sternen und von der Magie des Universums. Gute Nacht, meine lieben Kinder, und mögen eure Träume euch zu den Sternen und darüber hinaus führen. Denkt daran, dass ihr die Sterne in eurer Vorstellungskraft tragen könnt und dass das Universum euch unendliche Möglichkeiten bietet. Träumt süß und lasst eure Fantasie euch auf fantastische Reisen entführen.